hallo leute hallo youtube ja ihr seht mich hier am ersten weihnachtsfeiertag hier im wohnzimmer sitzen meine frau ist in new delhi am arbeiten der sohnemann zockt unten auf seiner neuen playstation pro dir geschenkt bekommen hat ich komme gerade von der frühschicht und habe auf dem iphone wie ich heute mal ein bisschen auf meine bilder durchgeschaut habe gesehen ich habe ja in der letzten samstag mit dem iphone auf der burg weihnacht in der burg satz 2 bei euskirchen habe ich ja noch ein bisschen gefilmt und richtig schöne wirklich schöne videos gemacht von der burg weihnacht kann ich euch übrigens nur empfehlen wenn ihr da mal hin fahren wollt burg satz 2 bei euskirchen 30 jahre machen die das ein wunderbarer weihnachtsmarkt in einer mittelalterlichen burg aber das seht ihr ja gleich selbst und ich habe mir gedacht ich habe keinen bock mich an computer zu setzen ziehen wir die bilder vom iphone bzw sie waren automatisch schon in meiner icloud bibliothek draus ziehen wir die aufs ipad macht mir luma fusion auf und schneiden schönes video für euch zusammen dass ich vielleicht noch jetzt hier an weihnachten wahrscheinlich zweiter weihnachtsfeiertag vielleicht so gegen mittag dann bringen kann und dann kommt halt samstags mal kein video und das nächste video kommt dann vermutlich am ersten ersten was das sein wird noch keine ahnung vielleicht mal wieder ein bisschen fliegen mit der dji mavic mini und klar vielleicht ein bisschen spazieren gehen dann schauen wir mal was das neue jahr bringt und ich wünsche euch viel spaß bei diesem kleinen video mit den eindrücken von der burg weihnacht in satzweil ich würde sagen film ab hallo leute hallo youtube heute mal ein paar weihnachtliche grüße ich bin mal mit der family unterwegs zur burg satzweil zur burg weihnacht und da wollte ich euch ein paar schöne impressionen zeigen die lady und der sohn sind schon am vorgehen in this little town on this special night and here we are in the car in the car on our way back home back home to be with those we love the most guided by a single star die ist hier ist ein riesen mittelalterlicher markt aufgebaut in und um das kindy burg herum wirklich sehr schön gemacht eins schon allein die irische lady ist schon wieder auf abweg Unterhaltig, was sagst du zu der Brücke Weihnachten? Sehr schön, genau. Wir werden jetzt aber mal einen Glühwein trinken gehen und eine schöne Bratwurst essen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017